Tinder Next Level, Pump gegen Monkey. Daniel haben uns ja auch schon ein paar Hauptbachenvideos reingezogen. Das kam glaube ich vor drei Tagen ganz frisch raus. Ganz frisch raus. Das ziehen wir uns jetzt mal rein. Okay, way, yo. Ich weiß ganz genau, ihr habt dieses Format vermisst. Ich hab's auch vermisst. Tinder, auf meine Art. Hast du sie abgecheckt? Hol, hol meine Sparkasse, Garton und Kindergeld. Weißt du warum? Aber du hast ja gesagt. Aber nein, ich hab ja gesagt, aber weißt du warum? Aber sie ist eine... Kleiner Bastard, nur weil du Kopf bekommen hast. Wir haben wirklich einen Schock gerade. Wir haben einfach hier eine gehabt, die ist abgehauen. Die sieht man im Video. Komm, wir gehen zusammen McDonalds, wir essen zusammen was. Oh, Bruder. Wir gehen zusammen McDonalds, wir essen was. Beste Anmachspruch für ein Date. Auf jeden Fall. Holanai. Was? Der fühlt sich wie der Oberkrasseste. Dabei ist es in echt so ein Nick, halt so ein Lappen, weißt du? Das Video scheint geil zu werden, ey. Das Ding ist, ich kann ihn halt absolut nicht ernst nehmen, dass er irgendwas gegen mich sagt. Weil, Junge, ich meine, der hat fast mehr Titten als ich, so weißt du? Der wird da komplett hops genommen, der Arme. Das ist neues Tinder, Leute. Neues Format, nicht mit Handy, sondern persönlich. Vermisst. Ich hab's auch vermisst. Tinder, auf meine Art. Hanau, es ist lange her. Wir kommen noch in die andere Städte, ihr wisst Bescheid. Geh mal hier einmal unsere Jungs durch. So, guckt euch mal die Jungs einmal an, bitte. Guckt mal, wie hübsch die sind. Oh mein Gott, locken wie Mero. Arsenal, Thierry Henry. Ach du Scheiße. Alle behinderte, jetzt gehen wir einmal die Mädels durch. Okay, Ladies. Wow, ey, eine hübscher als die andere, oder? Das doch nicht, guckt ihr die mal an, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Bruder, wir fangen an. Let's go, ihr wisst Bescheid. Tinder, auf meine Art. Hanau, Hanau. Ey. Okay, und bevor das Video losgeht, check mal meine Jeans ab. Ey, Ibo, komm mal ganz kurz. Bruder, sei mal ehrlich, wie findest du diese Seite ab Sidejeans? Ich hab hier sofort ein bekanntes Gesicht. Dein deutsches was? Er weiß Bescheid. Also Ibo, seine Seiten sind auf jeden Fall gewachsen seit letztem Video. Wie lange kein Friseur mehr? Wallah, Bruder, ich will viel Sorgen heute, aber ganz harten Arbeit, Bruder. Okay, Ibo, weißt du, was du jetzt machst? Ja, Bruder. Was machst du? Du checkst jetzt sie ab, einmal von oben nach unten. Checkst sie mal ab. Hol mal eine Sparkassekarte. Hast du sie abgecheckt? Ja, 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 Bruder. Ja? Hol mal eine Sparkassekarte und Kindergeld. Jetzt sag deine ehrliche Meinung. Was für Kindergeld? Würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Ja, Wallah, sie ist... Der ist was? Sie ist... Wallah, ohne Spaß, sie ist Hopschen, ne? Was? Was? Hopsch. Was? Sie ist Hopsch. Was? Was? Kein Nager. Was labert der da, Alter? Der hat gerade seine Ära gefunden. Was würdet ihr denn sagen, Chat? Was würdet ihr da geben? Von einer 1 bis 6? Nein, Wallah, ohne Spaß. Guck mal, ihre Nagel, Bruder. Guck mal, ihre Nagel. Guck mal, ihre Hand, Bruder. Wallah, Bruder, Mashallah. Was sind das für Nägel, Alter? Gefällt dir das? Ja, aber es ist schön, aber... Aber das gefällt dir nicht? Es ist groß. Zu groß? Ja. Stellt euch mal kurz nebeneinander. Ja, bist du? Stellt euch mal nur nebeneinander. Okay, Hobbit, komm her. Fühlst du groß, Alter? Die hat doch High Heels an. Wird schon, wird schon... Ja... Ne 3 minus. Egal, komm. Ich bin selber, Dings, äh... Früro Beutlin. Also würdest du sie daten? Ja, nein. Umdrehen? Umdrehen? Junge, Junge, was ist das denn, Alter? Okay, sag mal jetzt, komm. Ja, ja, kein Problem. Ja? So cringe irgendwie auch, ne? Hi. Hallo, was geht ab? Wie geht's dir? Gut, und ja? Ich bin Emine, 19, komm aus Hanau. Du bist aus... Ich bin Emine. Ich bin Emine. Ich bin, äh, nee. Ich bin Emine. Aus Hanau? Ja. Bist du vergeben? Nein. Jetzt checkst du immer ab, von oben nach unten. Man kennt ihn ja schon. Mhm. Der ist so der berühmte aus Hanau, denk ich mal, gell? Ja, der berühmte Flüschi aus Hanau. Was? Was? Der berühmte... Was hast du gesagt? Der berühmte Flüschi aus Hanau. Ohhhh. Ohhhh. Okay, hast du ihn abgecheckt? Boah. Das Tasch ist bestimmt original, oder? Was sagt ihr? Okay, hast du ihn abgecheckt? Ja, ja. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Wallabilla nicht. Der ist mir... Wallabilla. Die kommt höchstwahrscheinlich aus Asien oder so und fängt mir an mit Wallabilla. Ei, ei, ei. Der ist ganz süß und so, aber nicht mein Typ und zu klein. Guck, du bist auch klein, du bist auch klein, guck dich an. Ich bin ein Mädchen, ich bin ein Mädchen. Was noch? Sein Bart ist ungepflegt. Seine Seiten müssten auf Null sein. Ohhhh. Was sagst du über Bart alle? Sag nicht über Bart alle. Seine Seiten müssen auf Null. Ja. Geht nicht? Dann geht nicht. Also ist gar nicht dein Typ? Gar nicht. Hautfarbe ist okay. Kannst du uns deinen Typen beschreiben? Ja, so wie du. Ohhhh. Ich bin ein verliebt, aber die guckt dich nicht an, Lech. Dankeschön. Okay, also würdest du ihn nicht daten? Nein. Keine Chance? Warte, im Video ging mir was beim Pumping Monkey. Eieieiei. Gar nicht. Und ich will sie auch nicht daten. Weißt du warum? Aber du hast ja gesagt. Aber nein, ich hab ja gesagt, aber weißt du warum? Nur weil der Cop gekommen hat. Weil ich will mich ihre Herzen bauchen. Weißt du was ich meine? Kaputt machen. Ja. Aber sie ist eine ****** jetzt. Weißt du auch, weißt du noch? Große ****** jetzt. Kleiner Bastard. Nicht nur weil du Cop bekommen hast. Oh, Mann. Egal, die ist irgendwie sympathisch, Alter. Die nimmt den kurz auseinander. Seid mal ehrlich. Machen wir Kindergeld, aber mit Haram. Nicht mit Halal. Kindergeld mit Haram. Okay, warte. Nein? Nein. Du hast ja gesagt. Wallah, ich will nicht. Guck sie an, guck sie an. Also wir haben ein X. Auf jeden Fall Eskalation direkt. Erste Part. Wir gehen eins weiter. Okay, wir fangen jetzt hier einmal an. Stell dich mal kurz vor. Ich bin Olivia. Woher kommst du? Ich bin David. Also nicht Johano. Okay. Check ihn mal vor. Oh, die ist ja richtig nervös, Alter. Ach du Scheiße. Hast du ihn abgescannt? Okay, begründe uns. Starterpaket, Leute. Diese Bauchtasche und so. Alles Starterpaket. Was geht? Wo bist du? Ja, Bruder ist am runterladen. Ich bin am reagieren, Alter. Was soll ich machen, Alter? Was reagierst du da? Ich guck mir hier Tinder Next Level an. Mach sie auch am Start hier, Alter. Wo ist deine Kamera? Da ist Kamera. Lass mal zocken jetzt. Ja, das ist die Olivia. Ich komm gleich. Das ist doch bei 85%. Mach noch eine Runde. Ich komm dann Discord. Also, ich hab einen Freund, deswegen halt momentan nicht so. Aber er ist hübsch und seine Haare sind schön. Der Bart ist schön auf jeden Fall. Also, gefallen dir Locken? Mhm. Du würdest ihn daten? Ja, aber ich hab halt einen Freund. Wenn du keinen Freund hättest? Denk schon. Denkst du schon? Ja. Oh. Das war auf jeden Fall eine ehrliche Meinung von Olivia? Ja. Olivia, okay. Er ist voll nervös und voll ernst, ne? Alles klar? Bei mir ist alles klar. Stell dich mal vor. Ich bin Rodriguez. Spaß, ich bin Mertcan. Was? Rodriguez? Rodriguez. Ja, wahle. Ich bin Mertcan. Hano 450. Alle Pampi-Mankens abchecken. Check mal Olivia ab. Von oben nach unten. Tschöne. Was ist das denn für eine kurze Hose an, Digga? Sieht mal einen halben Arsch safe. Hast du sie abgecheckt? Ja, ich hab sie abgecheckt. Okay. Würdest du sie daten? Ja, nein. Begründe es. Also, äh... Ja, frag ich mich auch, warum macht man damit immer eine Freundheit, Digga? Als ob die jetzt sagen würden, ey, der wäre voll mein Typ, ich würde den nehmen. Und dann sieht das der Freund und dann tschau. Ohne Sinn. Ich würde sie daten, aber sie hat einen Freund. Ehrenmann. Ehrenmann. Wenn sie keinen Freund hätte, würde sie daten auf jeden Fall. Ehrenmann. Ihre Beine gefallen mir sehr. Ihre Augen. Und, äh... Götz auch, Baba. Götz. Alles Baba. Was? Götz, Götz. Egal, ich hab doch vorhin gesehen, Bruder. Haha. Ja, hätt ich schon vorhin Auge gemacht. Also, du würdest sie daten? Ja, ich würd sie daten. Okay, jetzt eine Frage an dich, weil du bist ja so ein bisschen laut, gell? Ja. Wenn du sie überzeugen müsstest, wie würdest du das machen? Wie? Wie? Wenn du sie ansprechen müsstest? Ich würd hingehen. Warte, kannst du uns das allen einmal vormachen? Ja? Mach mal vor, komm. Warte, warte, warte. Okay, mach mal vor. Ich würd zu ihr hingehen. Ich würd erst mal ihre Hand nehmen, aber sie gibt die Hand nicht, weil sie cool machen will im Video. Oh. Dann, äh, ich würd sagen, sie soll mit mir kommen. Essen will ich nicht a la Cospara. Ich würd, äh, Dings, Friseur oder so gehen. Ja, mach doch mal. Du sollst nicht erzählen, du sollst... Friseur gehen. ...vormachen. Bruder, ich kann nicht mehr, Alter. Essen will ich nicht a la Cospara. Bruder, ist das cringe und peinlich. Seid mal ehrlich, Digga. Was für Friseur gehen. Soße. Chicken Nuggets. Was willst du? Hat dich das überzeugt? Oder meine Mutter macht, äh, Meiji McChorba. Ich grüße meine Mutter, beste Mutter. Hat dich das überzeugt? Ja, aber ich würd jetzt nicht so McDonalds gehen. Ey, woher ist das cringe? Wir haben einfach hier eine gehabt, die ist abgehauen. Die sieht man im Video. Die ist leider abgehauen. Warum ist die abgehauen? Ich weiß nicht, die war ein bisschen schüchtern. Ey, die ist einfach abgehauen. Egal. Also würdet ihr euch daten. Ich würd, aber sie hat einen Freund, also geht leider nicht. Aber McDonalds geht nicht. Doch, McDonalds ist sehr ehrlich. Ja, McDonalds geht aber nicht bei ersten so Treffen. Aber mit mir geht, oder? Ja. Andere sagen, erste Treffen, das geht nicht, wenn ich mit dir nach Hause komme, Film gucke und so. Das geht nicht. Und die sagt, erste Treffen, McDonalds geht nicht. Ja, was sonst McDonalds? Oh, Hanau. Jawohl. Ja? Ja. Okay. Aber wenn ich das falsch hingestellt würde, ich hab trotzdem einen Freund so. Tamam, ist alles gut. Wen haben wir jetzt hier? Nick. Nick, woher kommst du? Aus Langselbold. Check sie mal von oben nach unten. Oh. 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 Weil sich gedreht hat. Ah, okay. Das entscheidet, oder was? Ja, normal. Was ist los, Han? Okay, also Nick. Würdest du sie daten? Ja, nein. Begründe es. Wollah nein. Wollah nein. Was? Wollah nein. Warum das? Oder... Ah, mein Vater würd so machen, na? Uuuuuhhhh. Wie würd dein Vater machen? Wie würd dein Vater machen? Wie würd dein Vater machen? Boah, Alter. So, na? Was? Boah, ist doch voll der Brecher der Typ, ne? Voll der Riese, Alter. Bestimmt 1,90m. Ich weiß nicht. Aber du hast doch eben gesagt, siehst schon mal keine K. Ja. Ja. Ja, aber... Keine Ahnung. Also willst du eine K? Ja, ja. Boah, die guckt schon so richtig abgefuckt, Alter. Ne. Willst du eine K oder nicht? Nein. Du sagst doch, siehst keine. Bruder, Levin. Okay, eigentlich geht, ja? Ah, der hat sich geklärt. Ah, der hat sich die andere geklärt. Mero hat sich die andere geklärt. Du sagst doch, siehst keine. Guck mal da hinten, Mero, da. Und dann, guck mal, vorhin noch im Video so voll einer frech. Und jetzt so, ah, komm, man darf mich bloß nicht sehen. Aber man erkennt ihr doch im roten Kleid, dass das die Kahlawi ist. Ah. Wie hieß die denn nochmal? Wallabilla, ne? Ah, genau so. Okay, eigentlich geht, ja. Aber, ne, Alter. Nein? Sie sieht ordentlich aus, ja. Und, äh, ist auch nicht so schlimm. Okay. Hi. Sie sieht ordentlich aus, aber ist auch nicht so schlimm. Bruder, was der da sagt, Alter. Hör auf, ey. Hart, oder? Nee, eigentlich nicht. Nein? Nee. Okay. Ich glaub, die nimmt ihn jetzt richtig auseinander, Alter. Ich muss das sagen. Check ihn mal von oben nach unten. Ja. Ja. Also, ich würd den schon mal nicht daten, weil erstens, ist er mir viel zu alt. Zweiten, also ich weiß nicht wie alt der ist, aber so, abgesehen vom Alter so, der fühlt sich wie der oberkrasseste. Dabei ist es in echt so ein Nick und halt so ein Lappen, weißt du? Ohohohoho, ohohohoho, oh Uhr, bruder, der hätte den so genommen, aber so, aber so vor allem blamiert. Das ist doch peillich, dass du hier mitmachst. du bist so dumm also er ist ein was hast du gesagt ein lappen und einfach einen nick hast du gesagt ja findest du ihn nicht schön wo der arme alter ich wollte eigentlich nett sein so aber so ich komm ja ne weißt du deine meinung dazu also guck mal die leute sagen er ist muskulös und so was deine meinung dazu was dank fahrt die bin ich so motiviert ich habe 108 kilo gehabt und dank fahrt er hat mir motivation gegeben dass ich abnehme jetzt hab ich nur auf 90 kilo und habe ich die mutige mal klatschen weiter deine videos also der kanal abchecken ich kann ihn halt absolut nicht ernst nehmen dass irgendwas gegen mich sagt weil junge ich meine er hat fast mehr titten als ich oder die feier ich will ich feiern hier alter grüße gehen raus wenn ihr das video sieht du hast den so genommen eigentlich müsste umgekehrt sein aber du hast immer eine geschichte war so läuft das mit dem lotto gewinnen ich weiß ja sowas verdient nicht mal so hat viel mal an fake gucci junge peinlich es ist mal gucci lernen was laberst du und das ist halt so nick und er sagt so diese ich will es nicht mal sagen so das ist einfach nur peinlich was du die die machen so auf möchtigern kanaken irgendwie so ich bin kanake alle die sagen dings möchte kein kanake ja bist du doch guck ich mal an ich denke ich bin dings weil ich nicht als ich bei deutscher andere meine ja sie ist aber auch aus wie ein deutscher also ich finde nicht dass wir jetzt so vergleich dich mal mit ihm so weißt du ja er kann sowas sagen von mir aus jeder kann so freiheit für alle mensch ist mensch so aber du kannst was sagen eher nicht ich finde es einfach nur peinlich so und dass er hier jetzt bei der kamera so einen auf babbel macht finde ich auch absolut super ich schwör dir hat so recht alter endlich mal die erst aus frankfurt die man doch feiern kann die hat schon demoliert die hatten shops genommen hast du den hops genommen ich kann auch viel mehr ich dachte gerade kamen so sniper geräusche der denken effekt im video eingebaut alter absolut das ding ist ihm fallen jetzt seine google sprüche nicht mehr ein womit der mich dessen kann sagt dazu vor dem ganzen so google sprüche gesucht und dann ein auf spaß ich bin nicht so eine ja deine muhrer schon haben wir alle gegen ich weiß nicht die die weißt du so die sind halt selbst alle nicht besser ich feier die irgendwie meistens aus wie nicht du willst also ich habe jetzt auf jeden fall noch paar fragen an die mädels beschreibt mal hanauer jungs also das alles abgesehen von diesem so jedem seins was sie machen aber ich finde diesen einfach nur so möchte gern genauso wo ist der typ da hinten so so welche so weißt du so müchtige im kanacken die so keine ahnung aus dem falschen haushalt kommen oder so ich weiß nicht hier gibt es auch süße jungs aber die sind alle zu jung beschreibt ihr die mädel hat was gegen meine eltern gesagt nicht getroffen so habe ich euch noch nicht aber paar korrekte ja also die mädels die eigentlich so ganz fit so außer so einzelne so jedem seins wie der sich anzieht so aber es gibt halt schon ein paar schreibt ihr euch denn selbst so keine ahnung ich laufe um wie ich will weil ich habe ein großes bewusstsein und ich bin alt genug hast du das hinten gehört sagt man noch mal größer rami macht so mund auf wir haben ja nicht durch martina martina hat ja gegen nicht richtig so geschossen genau die hat die shops genommen nick was ist aber deine meinung zu emine aber wir haben direkt den nächsten am start mit der originalen versace brille ist es glaube ich und versace shirt sogar alter das ist aber deine meinung zu emine du hast ja ja du wir können essen gehen und so essen gehen und so wir haben das erste mal geschafft geht ihr jetzt essen ja auf dein nacken ja okay halt mal händchen komm jetzt geht es aber los leute ich habe noch was ganz wichtiges für euch so ich habe ja seit längerem tritt okay ja easy alter ein video aber lustig alter das haben eigentlich wird das beste video von dem muss ich ganz ehrlich sagen das video hat mich wirklich unterhalten muss ich ehrlich sagen grüße gehen raus also der macht gute videos man die feier ich nimmt die gut alle mal ops